Es gab mal Zeiten, da dachten alle, im Meer gibt es so viel Fisch, das kann überhaupt nicht aufhören, die Bestände können gar nicht schrumpfen. Doch mit immer mehr Fischern gab es auch mit der Zeit immer weniger Fische in den Weltmeeren und das führte dazu, dass sich Unternehmen zum Beispiel aus Norwegen gedacht haben, das was im Meer nun nicht mehr geht, das machen wir einfach selber in eigenen Aquakulturanlagen. Und zu diesen Unternehmen gehören zum Beispiel Movi, eines der ganz großen Lachszüchter aus Norwegen und das Geschäft, das war auch immer recht erträglich. Im letzten Jahr, ja, da ging die Aktie so von 20 bis 25 Euro immer mal rauf, mal runter und in den letzten Tagen dann der Knall nach unten. Ein weiteres großes Unternehmen aus Norwegen, Salma, auch hier eines der ganz großen weltweit agierenden, ja, Unternehmen für Lachs aus Norwegen, eben aus Zuchtkäfigen. Und das war lange Zeit ein sehr, sehr gutes Geschäft, ist auch immer noch ein sehr, sehr gutes Geschäft, doch auch hier mittlerweile im Wochenrückblick 40% Kursverlust. Und damit ist nun auch die Dividende in Gefahr, denn die Aktien aus Norwegen im Bereich der Fischzucht, die waren eigentlich recht zuverlässige Dividendenzahler. Klar, der Fischpreis geht mal rauf, mal runter, mal gibt es gesundheitliche Probleme, aber alles in allem gab es immer zuverlässig eine Dividende. Schauen wir also auf das aktuelle Problem. Vorher der Hinweis, lasst gerne jetzt ein Abo da, euch erwarten immer mindestens drei Videos zu Aktien, Börse, Wirtschaft, Immobilien und mehr. Und das Ganze ist natürlich keine Anlageberatung, die Videos, die nur der Unterhaltung, jeder trifft eine eigene Anlageentscheidung. Ja, schauen wir mal rein, was sind das eigentlich für Unternehmen. Und ihr seht es hier schon eingeblendet, hier von Salma, so sehen die Zuchtkäfige aus. Intelligente Fischfarmen hat man hier entwickelt, in denen eben Zehntausende, Hunderttausende von Fische großgezogen werden. Und auch der Konkurrent Movi ist in diesem Bereich tätig und wir sehen hier mal die Marken, unter denen der Lachs dann am Ende verkauft wird. Und ihr müsst mal darauf achten, auch bei vielen Eigenmarken im Supermarkt steht hinten dann doch Movi, Salma oder andere Unternehmen aus Norwegen drauf. Eben Unternehmen aus dem Bereich der Fischzucht. Also man hat hier ein Produkt, welches weltweit gut ankommt und die Nachfrage steigt, da auch der Wohlstand in den letzten Jahren stark gestiegen ist. Und jetzt gibt es allerdings ein Problem und wir sehen hier einmal noch die Dividenden, die haben sich immer ganz gut entwickelt. Natürlich gab es hier mal Ausschläge nach oben, nach unten. Wie gesagt, das Geschäft ist ja nicht genau planbar. Es kann immer mal zu Gesundheitsschäden bei den Beständen kommen oder eben zu höheren oder geringeren Fischpreisen. Aber mit der Tendenz muss man sagen, haben diese Unternehmen doch steigende Dividenden ausgeschüttet und ihre Aktionäre reichlich am Geschäft beteiligt. Jetzt allerdings ein, ja, Skandal quasi, der gestern aufgezogen ist. Mega Steuern für Lachsaktien. Was hat es damit auf sich? Und das ist mal wieder eine politische Maßnahme, die nun voll durchschlagen könnte bei den Unternehmen. Salma hat gestern gemeldet. Wir schauen mal rein. Es wird auf die Pressemitteilung der norwegischen Regierung vom 28. September verwiesen. Die norwegische Regierung schlägt vor, mit Wirkung zum Steuerjahr 23 eine Ressourcen-Mietsteuer auf Aquakultur von 40% für Mengen über 4.000 bis 5.000 Tonnen einzuführen. Mit diesem Vorschlag wird der Gesamtsteuersatz für Aquakultur 62% betragen. Bitte beachten Sie, dass dies ein Vorschlag ist, der vom norwegischen Parlament angenommen werden muss. Das klingt überhaupt nicht gut und man rechnet hier bis zu einer Steuerquote von 62%. Wir schauen auch gleich mal, wie aktuell die Steuerquote ist und damit kann man ziemlich leicht berechnen, wie heftig die Dividende nach unten korrigiert werden könnte. Auch Movi hat gestern sofort reagiert und hier auch mit gleichem Pressetext auf die Änderung verwiesen. Hier eben eine Ressourcensteuer auf Lachs- und Forellenzucht von 40% und die Unternehmen rechnen hier aktuell damit, dass auf die eigentliche Steuerbelastung dann nochmal diese 40% Steuer obendrauf kommt, so wie es auch bei Zigaretten üblich ist. Also eine Steuer, die quasi die natürlichen Ressourcen schützen soll und die Benutzung von natürlichen Ressourcen an die Bevölkerung, ja die Bevölkerung daran quasi beteiligen soll. Das Ganze aktuell noch ein Vorschlag, wir schauen mal drauf, was das für Auswirkungen hätte. Hier am Beispiel der Bilanz von Salma, das sind die H1 2022 Zahlen und wir sehen oben beim EBIT, man konnte das Ganze um bis zu 34% steigern. Also ein geniales Geschäftsmodell, geniale Zahlen, man konnte hier deutlich das Geschäft steigern und damit dann auch die nächsten Dividenden wahrscheinlich hätte man deutlich steigern können. Jetzt schauen wir allerdings mal hier drauf und jetzt sehen wir hier Profit before Tax in Relation zum Income Tax Expense. Und da können wir feststellen, dass die Steuerquote bei rund 20% liegt. 20% das ist eine Steuerquote, die ist konkurrenzfähig, da kann man mit umgehen. Doch nun befürchtet man, wie gesagt, dass auf diese rund 20% Steuerquote nochmal 40% Steuern oben drauf kommen. Und damit kann jeder ziemlich leicht ausrechnen, was mit der Dividende passiert. Denn je nach Szenario, das Ganze ist aktuell noch nicht ganz klar. Es gibt auch einige, die sagen, Moment mal, 40% Steuer, das wäre dann aber der Höchststeuersatz. Und manche sagen eben, die aktuelle Steuer plus die 40%, das Ganze, das wird natürlich im norwegischen Parlament jetzt debattiert. Aber es könnte hier eben passieren, dass die Dividende zwischen 25% und 50% sinken wird, weil der Gewinn eben, ja, der Gewinn nach Steuern eben um dieses Niveau reduziert wird. Eine jetzt doch komische Situation, denn das Ganze ist eingebracht worden ins Parlament, allerdings nicht beschlossen. Das heißt, für ganz Mutige, die davon ausgehen, vielleicht wird das gar nicht beschlossen oder so abgeschwächt, dass es die Unternehmen gar nicht so hart betrifft, sodass die Dividende doch auf dem Niveau bleiben kann, die sollten jetzt sofort einsteigen. Das wäre eine Kaufgelegenheit, die würde euch eine richtig gute Dividendenrendite einbringen. Wenn das allerdings durchgeht und es ist nun mal ein Gesetz fürs Unternehmen blöd, für die Bürger Norwegens, die auch unter hohen Preisen leiden, natürlich ein gutes Gesetz, um eben, ja, mehr Steuern zu erwirtschaften und das an die Bürger zurückzugeben, weil natürlich die Unternehmen eben die Gewässer Norwegens benutzen für den eigenen Profit, dann ist das Ganze natürlich nicht gut für alle Aktionäre und dann kann hier noch so viel von diesen Marken von Movi beispielsweise gekauft werden. Die Steuerquote, die würde dann auf rund 40 oder auf rund 60, 62 Prozent festgeschrieben werden. Dann ist das Ganze hier im Moment ein Aktienkurs, der beide Szenarien beinhaltet. Es kann noch weiter runtergehen, es kann aber auch wieder hochgehen. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr jetzt bei Movi und bei den anderen norwegischen Zucht-Lachs-Aktien handeln werdet. Kauft ihr zu, verkauft ihr oder sagt ihr, ich warte jetzt erstmal ab, was da im norwegischen Parlament passiert? Eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Wir werden auf jeden Fall abwarten. Das Ganze ist uns aktuell noch zu unsicher, gerade in Zeiten, wo die Politik beweisen muss, dass man Steuern auftreiben kann, um eben Ungleichheiten auszugleichen. Ist das Ganze eine Situation, da wollen wir lieber abwarten. Soviel zum heutigen Video zu den Zucht-Lachs-Aktien aus Norwegen. Wie gesagt, eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare und lasst auf jeden Fall noch ein Abo und eine Bewertung da. Und dann sehen und hören wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Video hier auf eurem Börsenbrudi-YouTube-Kanal mit spannenden Videos zu Aktien, Immobilien, Wirtschaft und mehr. Also gerne ein Abo da lassen.